Legen wir los. Was also ist diese ominöse Blockchain-Technologie? Um es für Sie jetzt etwas anschaulicher zu machen, werde ich das Ganze am Beispiel des wahrscheinlich prominentesten Projektes erklären, das mit einer Blockchain umgesetzt wurde, nämlich dem Bitcoin. Der Bitcoin war die erste dezentrale kryptografische Währung, bei der dank der Blockchain-Technologie kein Vertrauen mehr notwendig ist. Er kann direkt von einer Person zu einer anderen gesendet werden, und zwar ohne, dass wir dafür eine Bank oder einen Zahlungsanbieter benötigen. Der Bitcoin ist aber auch geschützt vor Inflation, weil es immer nur eine begrenzte Menge davon geben wird. Diese Höchstgrenze kann nicht überschritten werden. Und das Allerwichtigste ist eine Gemeinsamkeit, die der Bitcoin mit dem Internet hat. Denn genauso wie das Internet gehört auch der Bitcoin niemanden. Es gibt keine Firma Bitcoin, die alles managt und kontrolliert, keine Firma, die Bitcoin-Nutzern Regeln vorsetzt. Und vor allem gibt es niemanden, der unser Konsumverhalten mit dem Bitcoin beobachten könnte, da Zahlungen mit dem Bitcoin vollkommen anonym sind und keine persönlichen Daten erfasst werden. Alleine dieser Punkt ist super wichtig. Bei einer Banküberweisung wird immer gespeichert, dass Max Mustermann 100 Euro an Sabine Müller überwiesen hat. Eine Bank weiß also immer, was wir mit unserem Geld machen. Bei Bitcoin-Zahlungen wird aber nur die Kontonummer gespeichert, die übrigens auch Wallet-Adresse genannt wird. Und jeder von uns kann sich anonym so viele Kontonummern wie er möchte generieren. Das geht tatsächlich per Knopfdruck, ohne dass wir jemals unsere persönlichen Daten preisgeben müssen. Mit dem Bitcoin werden wir also nicht zum gläsernen Burger. Ganz wichtig. Und aufgrund dieser ganzen Vorteile wurde der Bitcoin seit seiner Entstehung auch immer bekannter. Mittlerweile haben etliche Milliardenunternehmen in Startups investiert, die irgendetwas mit dem Bitcoin zu tun haben. Hunderttausende Unternehmen ermöglichen Ihnen mit Bitcoin so gut wie alle Produkte zu kaufen, die man sich nur vorstellen kann. Sie können mit dem Bitcoin bei Edeka einkaufen, bei Dell, bei Microsoft, bei Starbucks, bei etlichen Bars und Einzelhändlern. Und es gibt sogar Dienste, die ermöglichen Ihnen mit Bitcoins ihre Miete und Rechnungen zu bezahlen. Der Bitcoin ist also schon bei einer kritischen Masse angekommen und bietet dem Händler genauso wie dem Verbraucher eine Reihe von Vorteilen, die dazu führen, dass immer mehr Menschen damit bezahlen möchten. Kein Wunder also, dass laut vielen Experten der Bitcoin seine größte Entwicklung erst noch vor sich hat. Aber das Wichtigste, was der Bitcoin uns eigentlich gebracht hat, war die Blockchain-Technologie, die die ganzen Vorteile des Bitcoins überhaupt erst möglich gemacht hat. Ohne die Blockchain hätte der Bitcoin niemals funktioniert. Was hat es also mit der Blockchain jetzt auf sich bzw. wie können wir auch damit Geld verdienen? Eigentlich ist es ganz einfach. Eine Blockchain besteht im Prinzip aus drei Bestandteilen, die wir uns jetzt mal alle kurz am Beispiel des Bitcoins anschauen werden. Der erste Bestandteil ist ein öffentliches digitales Kassenbuch. Beim Bitcoin werden hier alle jemals stattgefundenen Transaktionen gespeichert und somit kann von jedem Konto ganz einfach auch das Guthaben ermittelt werden. Aber Moment, gerade eben sagte ich doch noch, der Bitcoin gehöre niemanden. Und die Frage, die sich jetzt stellt ist, wer bewahrt denn dieses Kassenbuch eigentlich auf? Wer speichert die Transaktionen in dem Kassenbuch? Wer prüft, ob ein Konto überhaupt gedeckt ist, sobald eine Bitcoin-Zahlung stattfindet? Also wer übernimmt beim Bitcoin die Aufgaben, die bei unserem Geld, dem Euro, Dollar oder was auch immer, die Banken übernehmen? Die Antwort lautet die Miner. Miner sind Personen oder Firmen, die eigene Computer für eine Blockchain arbeiten lassen. Ohne Miner würde keine Blockchain jemals funktionieren können, weshalb sie auch der zweite unverzichtbare Bestandteil einer Blockchain sind. Wieder auf den Bitcoin bezogen heißt das, jeder der möchte, kann eine kostenlose Bitcoin-Software runterladen, die natürlich auch das Kassenbuch enthält, und seine Computer damit für den Bitcoin arbeiten lassen. Und genau deswegen spricht man auch beim Bitcoin von einem dezentralen System. Denn statt alle Daten an einer Stelle zentral zu speichern, wird die Blockchain des Bitcoins auf Hunderte, Tausende oder von mir aus auch Millionen von Minern verteilt. Und sobald eine Person einer anderen einen Bitcoin schickt, prüft nun jeder Miner anhand seiner Daten, ob diese Transaktion legitim ist. Also ob das Konto des Senders überhaupt ausreichend Guthaben für diese Zahlung aufweist. Und nur wenn sich die Mehrheit der Miner nach dieser Prüfung einig sind, dass alles passt, dann wird die Transaktion erst in die Blockchain gespeichert und gilt nun für alle Zeiten als verbindlich und gesichert. Und das ist das Geniale. Denn was heißt das eigentlich? Das heißt, die Kontrolle eines Blockchain-Projekts liegt immer bei der Mehrheit. Keine einzelne Stelle kann mehr Änderungen durchführen, die von der Mehrheit nicht erwünscht sind. Aber noch ein Punkt ist dabei äußerst interessant, nämlich die Sicherheit, die damit auf ein völlig neues Level gehoben wird. Sollte es ein Hacker wirklich einmal schaffen, eine Miner falsche Daten unterzujubeln, fällt diese Änderung jetzt sofort auf, da die Daten nicht mehr mit denen der anderen Miner übereinstimmen. Deswegen ist die Blockchain eines der sichersten Systeme, die wir überhaupt kennen.